Hallöchen, da bin ich wieder und wir haben das schnell mit der Wüste gemacht, der da jetzt hier auch, danke, so, dann können wir uns auch gleich schön konzentrieren auf den Hauptauftrag. Okay, da haben wir das jetzt auch erledigt. Okay, dann kommen wir mal weiter. So, warte mal, warte mal, ich wollte mir hier jeden Fall nur mal die Waffen anschauen. Mir die Waffen hier anschauen. So, 210. Die Axt sieht geil aus. Die Axt sieht aber mega aus. Wie viel kostet die Axt? 15.000, ne? Die noch mit. Nein, müsste ich selber auf. So. Da fehlt mir leider noch was. Könnte ich aufmotzen. Ja, aufmotzen. Das ist sogar auf Stufe 2 schon ein paar Stärke. Die sind beide noch nicht hochgerüstet. Ah, so, okay. Ausdauerplus. Rabattverkehr. Hm. Wir könnten beide aufrüsten, sagen wir mal so. Ja, was geht die Axt? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn nehmen soll. Ich weiß nicht, wenn ich mich nicht mehr so ein paar Stärke machen will. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr so ein paar Mal weiß. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr so ein paar Mal bescheiden. er hat doch trotzdem noch mehr aber die aufer stärker war noch etwas besser aus wir gehen jetzt als das mit der schweiß maus hier wieder am weg zu den hauptauftrag jetzt hierhin das war weiterkommen schön geil aus mit der waffe überhaupt die gut ist es eine andere sachen das wird sich dann noch herausstellen schwein schwein schweigen ich gucke mir das jetzt mal an ich schon als die ist schon als die wache die ist nice kann man schön kombinieren sehr schön wir haben noch zwei kleine so oder gern heute in haupt auch tragen und das ist auch so ein riesen oder gar nicht direkt mal an hier aber dem dann platz hier ja 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 Oh haben wir das Blatt gemacht sehr schön Oh die haben auch Waffen Krass Oh man Na gut geht uns ab Waffen funkt aber ja Oops Ja sollte es weilen Okay wir sollten mal den anderen Bot nehmen Ja 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 Aua Mauer erledigt, perfekt Okay, weiter wechseln Da hinten liegt noch was, aber gut, ist nicht so wichtig So, was haben wir denn hier? Eine Höhle Oh, okay Oh, sonst wird man keinen Schaden gekriegt Oh, hier liegen noch Sachen, guck Bergen wir doch gerne Sehr schön Habe ich da wieder irgendwas gekriegt, ne? Irgendwo Ja Okay, dann gehen wir mal da rein Und das jetzt Gegner? Ja This hallway looks pretty old This hallway looks pretty old Okay Okay, haben wir alles So, bin ich wirklich spannend, dass es die Zehnten gibt So So Wie ist denn der Gegner? Ihr blöd zu kämpfen hier So Woher kommt man denn hier hin? Woher kommt man denn hier hin? Ist es ein Tire? Ist es ein Tire? Look at all these dead machines Seems like they've been here for a long time Ist es ein Tire? Ist es ein Tire? Ist es ein Tire? Was ist das? Ich weiß nicht Ich weiß Es gibt nichts wie es in der Database Nachfragen Are they... dead? To be... Look Destroyed alien motherships Willkommen in der Grave Yard von unsere Kreaturen. Du bist! Du bist! Mein Name ist Adam. Die Aliens die du suchen nicht mehr hier sind. Sie wurden aus dem Jahrzehnt. Warten wir mal nebenbei reparieren. Und wer weiß. Vielleicht werden wir die Androiden weg. Maschinen sind Weapons, die Evoluzierung zu verhindern. Wir können überleben. Wir können uns bewusst werden. Nachdem die Intelligenz in unserer Netzwerke begann die unserer Kreaturen. Du wirst wahrscheinlich nicht überrascht, wie schnell das passiert. Was? 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 Wie? Was? Also können wir bei uns? Die replyen alles. Was? Was? Go. Was ist? So, was denn hier schönes? Hier gibt's nix. War's das schon? We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they'd finally got it working. Okay, can I copy this here? Lock him up. Hey, how's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Um, thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pwning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. flight units also leave us open to attack and they're expensive to operate too. Okay. Wow. Ah. Endlich. Endlich. So. Oh, sorry. Ehm, der Auftrag ist jetzt. die habe ich alle abgeschlossen hier was man schnell speichern muss eingangen somit irgendwie schönes wichtig dann kann man gar nichts anfangen dann gehen wir mal zum bunker es das concludes our report on the events surrounding the alien wreckage then they were dead this whole time the council of humanity needs time to formulate a plan until then this information must be kept confidential speak of it to no one of course your next mission is to gather additional intel on the individual known as pascal you mean that freaky machine we ran into this order comes directly from the council knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions understood okay dann haben wir das jetzt erstmal und ich würde sagen dann sehen wir uns in der nächsten bis dann tschau